Moje leihwale Goethe, mein numm as Jérôme Luling. An amminger Klängersendung Letzebäuer's Leere spüllen ma haut den Exerzis Sicht der Fehler. Perfänken ma direkt un. Voila. Hai as den Exerzis, Richtig oder Falsch? Theorie van der obgrammeer.lu An dessen Exerzis van der ooropmenger Internetseite. Exerzis.lu Nu ma hai acht Sets. An da fänken ma unten mam echte Sets. Es schlöse na lo Expressnet 4. Huda die Fehler hai scho font? Gouken ma eist Lesung un. Ich schwätze, natürlich, Ö, N. Den N fällde wäsch weinst dem M. Ich schwätze mat mingach, naja, nopisch. Also hai war die Fehler beim Verb. Sets Nummer 2. Huda die Fehler font? Gouk dir schon un. Ich lesen an Expressnet 4. Voila. Ich ging so in der Fehler as Hai. Beim Adjektiv. Gouken ma eist Lesung un. Ho is du o Problem? Loh ma zwein E. Mat dingem, allen, auto. Auto as männlich. Das in Dativ. Also dingem, Ö, M, allen, Ö, N. Nummer 3. Ja, kook dir schon des Azzun. Huda die Fehler font? Es mengen hai als die Fehler. Mat de inversiöun. Doe sind ein an. Doe das noch ein andere Fehler. Kook ma eist Lesung un. Wo bastou? Voila, die inversiöun. Da zink vro. Göscht da oder göscht? Dat is egal. An dat köndere isch de Partizipassé gewischt. Wo bastou göscht da gewischt? Da zink vro. Nummer 4. Guck dir isch de Sazzun. Ja, ho da de Fehler font? Natierlich hai. Da das ein Nürversatz. Aber den Nürversatz, da muss ma oppassen. Wann isch dir obmachen? Die trennbare Werbe bleifen dan zesummen. Wann isch dir obmachen? Da göt et käl am Haus. Sazzun nummer 5. Also isch kann ich nicht so, ähm... Feitags isch de Fehler do scho verbessertun. Isch gön lo zentabal. Ja. 21 Jöer Lützwo isch koren. An das immer falsch. Richtig isch natierlich. Isch ech schoen 20 Jöer. Oder isch sind 20 Jöer aal. Hun huet kein aal. A sin huet eben aal. Isch sind 20 Jöer hun isch sorgschon haaren. Men normalerweise isch sind 20 Jöer aal. Oder isch schoen 20 Jöer. Weil ob kei fall isch schoen 20 Jöer aal. Nr. 6 Ja. Analyser jäte Säts. Gäse da de Fehler? Heis sind da puhe. Also fäde ich mal hai. Dajektiv. Andan hai. Den Artikel. Guck ma isch zärun. Isch gäsinn escheint. Haus ist säschlich. Also kred den T. Ob da Foto. Da singt Position. A Foto as weiblich. Ob da Foto. Dativ. Den du Säts. Also die bringt mich auch immer nisa. Zur Verzweiflung. Schat. Gleit duscht jo anna ein Schülerin. Die ho dat andauernd falsch gemeint. Andauernd. Ja. Die ho dat vorn wahrscheinlich. Lesung as natierlich. Dat as. Mie. Ganz egal. Das ist ein Dativ. And. Der letzte Satz. Der Numero 8. Ja. Oder der Fehler vorn. Heißen da auch zwei. Die zwei N. Die fällende Vesch für um G. Essch. Essch. Hü. Gut. An der Partizip. Passe. Oder der Partizip. Perfekt. Vom Verb. Yes. Essch. Als natierlich. Essch. Gut. Yes. Ich brauche nur die Blutknäpfchen zu drücken. Voilà, ich habe schon den Exerciz mit Learning Apps gemacht und seit kurzem kann ich auch nur mit Hashtml schaffen. Und das war mir sehr viel mehr einfach für mich. Das war ja doch schon alles. Viel mehr so Übungen fand ich natürlich, ob mein Internet seit exercis.lu oder grammaar.lu und zum Schluss schluss noch ein kleines Reklam. Voilà, da mache ich heute das Logo aus und ich weiß es, ich meine Internetseite exercis.lu, grammaar.lu ich sehe es auf Facebook und YouTube und die Bücher, die ich habe, sind hauptsächlich die Werbentabellen auf Lützebäuer mit französischer Übersetzung und die Werbentabellen auf Lützebäuer mit englischer Übersetzung die ich mit der Aktion Lützebäuer selbst geschafft habe und Anbucher 170 Schweizer mit Übersetzungen ob Französisch von der Schlüssel werden. Voilà, ich soll jetzt vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Vielmals merci auch und die Kippe von AparTV dadurch die Sendung heute erweisen. Ich wünsche nicht nach einem schönen Tag oder einem schönen Oven. Au revoir. Seitdem wird unser